Heros LP ist wieder am Start und begrüßt euch zu einer Runde Revo auf dem Revinzite.tv-Server und dabei ist der liebe Marius und es geht los. Ich will ja nicht pushen, aber eben hatten wir eine Runde, da hatte ich 10 Kills. Oh, er will ja... ja. Okay, ich hab nur Crab gerade. Okay, wo läuft... Lauf um dein Leben, hier dann. Ja, lauf vor, ich lauf dir hinterher einfach. Ah, Kaktus-Affe? Aber hier gibt es irgendwie... Are you behind me? Wir müssen Bäume finden für Sachen. Also sollten wir vielleicht nach links laufen. Was fühle ich denn gerade? Ja, ich bin schnell. Lauf. Da oben sind Bäume. I know. Oh, der Killer, er sieht... Oh, keine Panik, Junge. Wer soll mich schon töten, bitte? Mich. Ähm, deine Mama? Hä, hä, hä. Ich muss mich, dass die da ein Punkt kommt. Komm hier hoch. Ich bin hinter dir da. Ihr macht die Work... Nein, äh, du machst die Workbench und ich mach die Schwerter. Okay. So. Hast du die Workbench? Ja, wo bist du? Hier. Komm, folg mir. Ich bin da. Okay. Sind welche, ne? Ah! Rombo. Wow. Ich bin Todeswerk geflogen, Mann. Achso, man kann sich übrigens schlagen, aber nicht verletzen. Abi? Das ist der andere. Robbo. Ah. Entschuldige, die Schweine, ich hol mir den schon. Okay, go. Schweine. Oh. Bleib ich hier auch noch scheiße hängen. Jetzt seht ihr ja mit mir im Team direkt zwei Kinder. Okay, lauf. Ja, sie bringt die Pixel Katze auf, wenn ihr mit mir aufnehmen wollt. Einfach anschreiben. In die Kommentare damit. Ich verlinke ihn euch. Danke. Okay. Pickaxe und dann Eisensuchen. Brauch mal Holz ab. Bin ich bei. Ich auch. Ja. Und dann machen wir uns Pickaxe und gehen Eisensuchen, ne? Mhm. Gut. Das ist ein Lächer. Oh, ja, schlägt auch. Okay, 5 müssten reichen. Ja, brauche ich auch so viel. 20 Stück, ich habe eine Workbench gemacht. Ja, so hat 2, ha? Na, egal. So. Geh, kommst du zu mir? Wo bist denn du? Brauche ich schon nach unten. Ich weiß gerade gar nicht, wo du bist. Also, hier hinter dir. Da? Ach da. Okay, dann geh runter. Solange baue ich noch ein bisschen Holz ab. Okay, wir bauen uns hier runter, gerade. Ja. Okay. Ja, ich baue gerade nur ein bisschen Holz ab. So, jetzt. Gut. So, wo bist du? Da? Ja. Okay, hoffen wir mal, dass da jetzt nirgends eine Schlucht ist oder so? Nee, ich habe keine Panik. Ja, Panik nicht, aber hoffen. Warte, ich mache mir eine bessere Spitzhack. Ja, ich mir auch. So. Ich habe eine Workbench. Achso, okay. Ähm. So. Und so. Gut. Dann müssten wir eigentlich gleich auf einer Höhe sein, wo wir das farmen können, oder? No. Eine Mine. Ich bin fast gestorben. Nicht weiter unterbauen, nicht. Ernsthaft? Es sterben. Waaat. Hi. Okay, hier gibt es viel Eisen. Also, auch ein bisschen Kohle. Ah, Zombies überall. Ja, dann komm zurück. Ich baue gerade ein bisschen Kohle ab, damit wir, äh, gleich das Eisen einschmelzen können. So. Gut. Dann haben wir das. Nach uns hier unten ist Gold. Die Gold-App. Und dann mache ich jetzt ein paar Fackeln für euch, dass ihr euch sehen könnt, was ich tue. So. Okay. Stirb tut scheiße. Creeper. Scheiße. Creeper. Ganz nötig. Ja. Richtig nett. Ich habe auch Gold gefunden. Und Eisen. Und Eisen. Oh. 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 Ihr Scheiß-Viecher nervt. Weißen die, ne? Ja. Nerven irgendwie ein bisschen. Äh, über uns ist es, äh, Höhlen-Sporn-Sporn. Das auch passt. Okay. Komm mal zu mir, wir ziehen weiter. Ich habe keinen Bock, dass wir an so einer Scheiße sterben. Ja, ich bin gerade dabei, hier ein bisschen Eisen abzufahren. Ja, ich... So, Fackel. Oh. Gut. Ich glaube, ich bin hier in der... Oh Gott. Ich bin in der Mine drin. Gut. Hier, wo ich bin, da gibt es auch Spin-Netze. Dann können wir uns Bögen machen. Jawohl. Gut. Jeder sorgt für sich selbst für Eisen, ne? Ja, ja. Okay. Ich habe einen Pfad. Wow. 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 Okay, jetzt reicht's. Wow. Wie viel alt hast du schon? Äh, neun. Ich habe wirklich was. Ja, hier gibt es irgendwie nicht so viel. Du, oder ich bin blind. Oh, hier ist ein bisschen was. Oh, jetzt. Wie? Ja, du nicht? Fame-Bitch. Ja, ich bin blind. Gut. What a Bama. Aha. Da war der Marius. Ich denke, ich bin an der Rekte. Ich habe vier fehlen. Ich hole mir die schon. Zehn Minuten. Okay. Very important. No, me gusta. Oh, er kann ja spanisch. Bisschen. Hatte es nur ganz viele Jahre in der Schule. Aber so. Gehe gar nicht in die Schule. Ne, du gehst nicht in die Schule, ne? Nein. Ich habe keine Schulpflicht. Nein, auf keinen Fall. Weißt du, alle Kinder in Deutschland sind so dumm. Ja, wir sollten in die Schule gehen. Von Natur aus sind die eigentlich schlau. Ja. Denken die Politiker. Jedes Kind kann melonischen Formen. Ja. Okay, ich habe Brote und Melonenkerne. Und auch. Aber das ist schön, genau. Ich will das goldene Seil. Ja, klar. Oh, ich habe einen Sattel. Ich habe einen Sattel. Cool. Ich fühle mich jetzt richtig Fame an. Ah, scheiß. Skelette, ich haffe die. Und Zombies. Oh Gott. Oh Gott, hier sind so viele Viecher, man. Wolle ich einen Keks. Auf den Keks hätte ich gerade, ehrlich, voll Bock. Ui. Okay. Boah, jetzt nervt doch nicht, du fucking Formen, die Mann. So. Gut, ich glaube, ich habe jetzt... Oh Mann. Was ist? Ich habe einen Block abgebaut und der Unterwand spinnet und dann muss man sich erst mal durchtreiben lassen. So, ich baue, ich... Ich habe einen Feuerschutz-3-Buch gefunden. Okay. Ich muss mir nicht sagen, dass das toll ist. Das ist super duper. Super duper. Meiser, nicer. To gooster. Okay. Ich muss zurückfinden, ich weiß noch nicht wie. Ich habe vergessen, welchen Weg ich gegangen bin. Ja, ich weiß es auch nicht mehr. Ist ja egal, wir bauen uns am Ende einfach irgendwie hoch. Okay. Eigentlich das Problem ist, dass ich da mal leise bin. Ach so. Nice. Warst du schon da oben bei dem... Ja, da warst du schon. So, ein, zwei, drei, vier... Diese Spiele gewinnen wir. Ach, du bist ja ein ganz witziger. Richtig, das fließt da aber nicht. Ja, klar. Kann mir erinnern, dass du mit dem Feuerschutz-2-Buch gefunden hast. Feuerschutz... Nee. Irgendwie nicht wirklich. Feuerschutz-3. Du hast halt keine Möglichkeit, um das irgendwo raufzutun, ne? Wir haben ja kein Amboss oder so. Aber bei Pixel ist das nämlich geil. Ja. Geht so, ne? Bei Pixel ist das echt geiler. Ja. Aber ich finde das eher cooler, weil man hier nicht die ganzen Kids hat. Achtung, hier seid ihr ein Gegner, ein Gegner. Man wird sowieso nicht verletzt. Hol dir dein eigenes Eisen. Ich hab mir ein Eisen. Ja, hab ich gemerkt. Spaß. Ne, jetzt voller Krupp. Hast du einen Feuerstein? Nein, hab ich nicht. Neuerstein-Sammel. Ich weiß. Hab ich aber leider nicht. Aber wir gehen nach oben. Ich brauch noch ne Hose. Cool. Und ein Schwert. Cool. So. Da hab ich immer die Hose. Gut. Nice. Perfekt gereicht. So. Aber das brauch ich auch noch. Ein Spinnennetz. Na, der 3. Gut. Das auch. So, dann hab ich das. Ich hab zwei Pfeile. Das ist ja immer mega viel. Wo bist du? Im Amar. Haldigoschen. Oh man. Ah. Ich hab keine Eisen-Pick-Acks. Ich auch nicht. Nein. Mach ich ehrlich. Ja. So. Bauen wir uns jetzt wieder nach oben? Ja, wir versuchen uns sowieso einen Weg nach oben. Komm hier. Du hast Fleisch dabei. Komm, folg mir. Ich weiß, du musst nach oben gehen. Bist du da? Ich weiß. Nein. Doch. Nein. Da lang. Hier sind die Höhlen, Schwen. Warum bleibst du nicht mal stehen? Ich weiß nicht, wo du bist. Da, ich seh deinen Namen. Der ist hier links von mir. Ach, da. Okay, ich hab dich. Good love. Wir müssen hier nach oben, glaub ich. Genau hier. Okay, nice. Ich hoffe, wir sind hier nicht in einer Berge. Das weiß man nie. In einer Berge. Ich hack hier nicht. Okay, bauen wir uns nach oben? Ja. Da, okay, ich baue mich neben dir einfach hoch. Okay, dann müssen wir gleich oben sein. Deine Spitzhack ist kaputt. Nee, weißt du? Doch, hab ich grad gehört. Bau da drüben weiter. Ich baue mich hier weiter. Jo. Ja, nee, geh weg. Geh weg. Du musst jetzt immer zwei Wege bauen. Geh weg. Ich hab kein Holz mehr. Ich hab doch kein Holz mehr. Hier, wir müssen eine Treppe bauen. Das ist wie über einen Berg. Nee, ich glaub, wir sind gleich oben. Okay, Moment. Ja, wir sind oben. Ich bin oben. Okay, da. Ich bin runtergefallen. Warte. Ich gucke mal kurz hier auf so einen Berg, um zu gucken, ob hier irgendwo in der Nähe jemand ist. Nee, hier ist niemand. Jedenfalls nicht, dass ich sehe. Wo bist du? Hier oben. Du siehst ja irgendwo ein Lavabecken. Nee, gar nichts. Ich sehe einen Zombie. Ich sehe die Borda, wir müssen da lang. Ja. Lauf, Pinocchio, lauuf. Pinocchio? Ja, keine Ahnung. Lauf einfach. Ich weiss, Pinocchio. Okay, wir fangen. Na, ich sah ja was Großes. Boom. Oh, er wurde geboostet. Aua. Ich bin doch hier nur durch. Also, das ist meine Zwecke. Hast du noch Essen? Ich habe... Da ist jemand. Wo? Ja. Komm, greif an. Kannst du mich boosten? Ja. Wenn du vor mich läufst. Er hat, glaube ich, kein Essen mehr. Booste mich. Nein. Wie meint. So. Vergiftet von der Hexe. Vergiftet von der Hexe. Ja, ich auch. Nee, wurde ich gar nicht. Killer. Hat der irgendwas Gutes? Lauf, da kommt die Hexe. Oh, schade. Der hat die Eier, scheiße. Nee, der hat keine Enderperle. Oh, mein Gott. Hier sind viel zu viele Mops. Lauf schon um unser Leben? Ja, ich bin schon dabei. Nein, da liegt noch Essen rum. Das brauche ich. Ja. Ach, stirb du Scheiß-Zombie. Yeah. Fertig? Ja. Okay, da kommt ein Zombie. Okay, wo ist jetzt? Ich glaube nicht, dass da oben welche sind, oder? Hast du Feuerstein? Nee, habe ich nicht. Schade. Warum haben wir nicht Feuerstein? Ich habe einen Kies. Und da versuche ich gerade, Feuerstein zu kriegen. Ich habe nämlich drei Federn. Okay. Hier versuchst du. Wo bist du? Ich will den Enderman. Ich sehe dich nicht mehr. Du fehlst mir so sehr. Hast du eine Enderperle bekommen? Nein. Ich glaube nicht. Ach, Brot. Ich glaube, ich freue mich mal hier runter. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich komme gleich wieder. Ich stehe hier in der Mitte. Alone. Forever. Wo oder liegt hier eine Kartoffel? Pass auf, du hast keine Mieter. Aber hier liegt wirklich eine Kartoffel. Die ist genauso deutsch wie du. Toll. Ich esse sie jetzt. Oh fuck, ich habe gerade keinen Hunger. Wollen wir den Arsch schieben? Habe ich schon. Da sind Gegner. Da sind Gegner. Ich lau weg. Werde ich jetzt? Ja. Bin ich gut equippet? Ja. Ich komme hoch. Ja, wäre besser. Oh, ich bin einfach mal am Laufen. Die haben beide Eisen. Wo bist du? Ich bin da, wo dieser Holzpfahl in die Luft geht. Ja, da, da. Ja, da bist du. Und da ungefähr auf der Seite, da müssten sie irgendwo sein. Haben sie dich gesehen? Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe nicht. Das könnte gut sein. Ich habe übrigens zwei Pfeile. Ja. Wir sind hier nicht mehr. Eben waren sie hier. Da, da links, da links. Da. Ah, da. Da sind sie. Da. Gehen wir auf. Wir starten uns. Sehen da. Kaffst du dich, ne? Okay. Ah, komm doch her. Komm doch her. Wer will eine Kombo von uns? Wer von euch wird schon wieder eine Kombo? Oh, er hat Feuer. Er hat Feuer. Oh. Oh, Fadam. Ich bin in Lava rein. Ich glaube, ich stehe. Ich bin tot. Ich bin tot. Fuck. Ich bin einfach in der Lava gestorben. Den müsstest du haben. Locker. Oh, Killer. Oh, fuck. Er hat einfach direkt die Lava in mich reingesetzt und ich bin nicht rausgekommen. Jo, Leute. Da sind wir wieder. Da ist auch schon der Kampf. Er ist direkt auf uns zugelaufen. Und im Moment. Oh, er hat eine Enderperle geworfen. Das war gerade die unnötigste Enderperle, die ich jemals gesehen habe. Und ja, Leute. Ihr seht gerade den Fight zwischen so einer deutschen Kartoffel und ich habe keinen Plan. Und X-Bus. Und X-Bus, X-X. Und ja, mal sehen, wie es ausgeht. Marius benutzt die MC-Expert-Taktik, einfach Blöcke unter sich platzieren. Und er läuft. Er läuft und läuft. Jetzt kommt es nur darauf an, wer früher Hunger hat. Ich habe schon Hunger. Oder wer besser laufen kann. GG, Leute. Das war ein Schlag. Ja, egal. Ich habe zwei Runden gespielt und zwei Runden gewonnen. Ja, er ist Killer. Lasst gerne ein Like da. Ich verlinke euch die Pixel-Kartoffel. Also Marius unten in der Beschreibung. Und bis dahin. Haut rein. Und ciao, ciao. Ciao. Vielen Dank.